Das war nicht The Walking Dead. Ja, mit dieser Aussage werde ich wahrscheinlich einige The Walking Dead Fans direkt getriggert haben. Und das mit voller Absicht. Ja, heute soll es um Daryl Dixon Staffel 2 Folge 1 gehen. Meine Review, meine Kritik, meine Meinung zu der ersten Folge der zweiten Staffel. Ja, und wenn ihr meine Meinung dazu wissen wollt und was ich natürlich mit der Aussage, das war nicht The Walking Dead meine, dann bleibt gerne dran. Und damit heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Couch Time Ja, Daryl Dixon Staffel 2 kam jetzt kürzlich raus. Quasi Zeitpunkt der Aufnahme, Anfang der Woche, Montag. Ja, leider wieder nur auf Magenta TV. Aber hey, das soll jetzt nicht mein Problem oder mein Thema erstmal sein. Sondern heute geht es wirklich nur um die Kritik von dieser Folge. Beziehungsweise meine Meinung zu dem ganzen Gebumse. Direkt möchte ich sagen, es wird natürlich hier und da zu Spoilern kommen. Keine Frage, ich kann dem nicht hundertprozentig aus dem Weg gehen. Heißt, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann tut es mir leid. Ihr schaltet besser ab, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Wenn euch das aber egal ist, dann ja, bleibt gerne dran. Ich gehe natürlich nicht spezifisch auf alle Punkte ein, aber ich habe mir so mal eine Liste gemacht mit den gröbsten Sachen, die mir so im Kopf hängen geblieben sind. Und das erste, was mir einfällt, wenn ich darüber nachdenke, ist das Intro von Daryl Dixon Staffel 2. Holy Shit, war das geil. Optisch, eine 10 von 10, musikalisch. Eine 10 von 10, das war, ich würde sagen, meine Meinung dazu, das ist in meinen Augen das beste The Walking Dead Intro. Mit allen Spin-Offs, mit allen möglichen, was weiß ich. Das ist das beste Intro, das beste Intro, was AMC jemals auf die Beine gestellt hat. Meiner Meinung nach, einfach Hammer, diese Szene mit diesem roten Rauch, wo Carol durch Paris oder was weiß ich, Frankreich halt irgendwo her spaziert. Einfach göttlich. Ja, und ich sage mal so, vor und nach dem Intro, also es kommt erst so ein Abschnitt mit Daryl und Carol. Ziemlich viel davon haben wir ja schon in dieser kleinen 12-minütigen Premiere quasi schon mal gesehen. Wir sehen, wie Daryl Laurent trainiert und Laurent einfach nur nervig ist. Laurent gibt mal gewiss irgendwann ein eigenes Videothema, weil der Typ, ich bin gespannt, wie es am Ende der Staffel um ihn steht. Weil Stand jetzt und auch Stand erste Staffel ist er mir sowas von egal. Und das, was sie mit ihm vorhaben, wird wahrscheinlich auch einfach nur scheiße sein, egal wie sie es auflösen. Gut, Daryl trainiert mit halt Laurent. Dann geht es in dieses Schloss, wo die sich da zur Ruhe gesetzt haben, sag ich mal, das Nest oder wie es heißt. Ja, da gibt es dann ein bisschen Geschwätze mit dem Anführer hin und her. Der Plot kommt ein wenig ins Rollen und dann switchen wir zu Carol relativ schnell, was auch sehr, sehr positiv ist. Auch das habe ich schon gesehen. Carol ist bei dieser Werkstatt und fragt halt da nach Daryl mehr oder weniger, macht die Leute da komplett fertig und ist auch vor allem auf ihrem Hausmutter-Vibe-mäßig unterwegs. Das, was sie in Alexandria schon gemacht hat, dieses zu tun, als wäre ich eine hilflose, arme Frau und weiß nicht mit mir umzugehen. Denn damit kommt sie ziemlich weit und das schon jetzt in der ersten Folge mehrfach. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Dann bekommt Carol die Information, die ihr so wichtig ist und es geht weiter. Sie schnappt sich ein Auto und will an so einen Dock, wo halt die Schiffe sind, hinschippern. Da kommt sie auch an und ich muss sagen, das ist cinematisch unfassbar schön. Allgemein, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, aber diese Serie Folge 1 ist optisch, cinematisch, so unfassbar schön wirklich. Sie haben da richtig, richtig reingekrätscht. Das war einfach geil, aber die Punkte komme ich gleich noch zu sprechen. Dann bekommen wir was, was an Laurie erinnert. Carol sitzt im Auto, hat eine Sonnenbrille auf, hört ein paar Kassetten, ultra coole, lustige Szene. Zeigt irgendwie so, yo, Carol ist back und dann hört sie ein Flugzeug und dann guckt sie aus dem Fenster und sucht das Flugzeug und guckt dann wieder auf die Straße. Und dann bekommen wir den Walker auf der Straße, der da rumsteht und Carol baut einen Unfall. Positive dran, das ist nicht so ein schlimmer und tragischer Unfall wie bei Laurie. Negative dran, es ist so lächerlich irgendwie, also dass der Walker da so auf einmal auftaucht. Aber ganz ehrlich, das ist ultimatives Meckern auf hohem Niveau. Ich habe zwei, drei Punkte, was absolut auf hohem Niveau meckern ist. Die kann man eigentlich gar nicht ernst nehmen, die negativen Punkte, aber ich will sie hier trotzdem halt irgendwie kundtun. Ja, nach dem Unfall hört sie weiter in das Flugzeug und geht auf die Suche. Danach kommt über ein verlassenes, heruntergekommenes, wunderschön designtes Autokino. Hier stehen noch einige Autos, hier steht die Leinwand noch und das sieht, da kommen wir wieder auf Punkt Szenerie, Cinematisch und Setting. Es sieht so schön aus, dieses vermooste, überwucherte, es sieht unfassbar gelaust. Die erste Folge für mich wirklich so, alles was bei Carol spielt, spiegelt für mich perfekt wieder. Wir sind in der Apokalypse und das schon locker seit zwölf Jahren. Ja, er nagelt mich jetzt nicht auf den zwölf Jahren fest, sagen wir plus minus 50 Jahre. Wir wissen ja, wie The Walking Dead mit Zeit umgeht. Also, ne, auf jeden Fall, wir sind schon lange in der Apokalypse. Das ist so der Grund und ich finde, es sieht jedes Mal einfach geil aus. Dann komme ich direkt mal zu einem negativen Punkt, denn zu diesem Standpunkt oder zu diesem Zeitpunkt haben wir bis auf den einen Walker, der auf der Straße war und dann drei Walker, die Carol getötet hat, nicht so viele gesehen. Und auch bei dieser Werkstatt war halt einfach so Frieden. Und da ist ein Punkt, der mich in den letzten Spin-offs allgemein enorm genervt hat. Ich finde, hier und da sind die Walker kaum noch eine Bedrohung. Es ist nicht so, dass ich nicht sage, dass wenn eine große Herde kommt, wie sie nachher auch noch kommt in diesem Review, sondern allgemein, die Welt ist doch übersät mit Walkern. Auch dieses Scheißschloss in Frankreich, da ist auf diesem ganzen, ich weiß nicht, ob es so Wattenmeer ist, weiß was ich, da ist kein einziger Walker unterwegs. Und ich finde, das würde zur Lebhaftigkeit einfach beitragen, wenn an manchen Spots einfach ein paar mehr Walker hingesetzt werden. Diese Werkstatt hat ein offenes Tor, hat keine Zäune, hat nichts und die chillen da einfach. Da kommen Fremde rein. Carol macht ja auch so, jo, hier, ich komme in Frieden. Die, wie überleben die da? Die wären doch schon längst von irgendwelchen Negans oder Governors überfallen worden oder halt von irgendeiner Horde. Also das sind manche Sachen, die ich ein wenig doof finde, dass halt einfach diese Welt an manchen Ecken so ultimativ friedlich wirkt. Soll natürlich irgendwo verkörpern, dass wir schon weit in der Apokalypse sind und langsam wieder Struktur hier und da reinkommt. Ist natürlich cool und es funktioniert bestimmt auch, aber es ist erstmal eine Gewöhnungssache, finde ich. Und es wirkt halt ziemlich schnell, sodass einfach überall gefühlt Frieden ist, außer halt an zwei, drei Spots, wo halt dann die Action sein soll. Aber gut, wie gesagt, Make-it-of-home-Niveau. Ja, Carol verfolgt dann das Flugzeug bis hin zu der Base des Piloten. Der Pilot heißt an der Stelle auch schon mal gesagt Ash. Und Ash ist ein mega cooler Charakter, gehen wir gleich noch drauf ein. Ja, sie findet diese Base, wartet bis es Nacht wird, versucht sich dann reinzuschleichen. Die Base ist einfach geil. Es sind Fallen, es ist mit elektrischen Zäunen, alles ist um Zäunen, es ist ein riesengroßes Gebiet. Und Carol lässt hier mal wieder ihre Unschuldsseite spielen, stellt sich selbst in die Falle, ohne verletzt zu werden, um halt Ash zu holen, dass er ihr hilft. Und dann irgendwie, ne, sie halt, sie will ihn ausnutzen, um mit dem Flugzeug nach Frankreich zu kommen. Mehr ist da nicht. Und das weiß man natürlich auch. Das ist nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, ein neuer Charakter, der wirklich für immer in der Serie bleiben wird. Nein, der wird so lange da bleiben, bis er ausgedient hat. Siehe OK4 oder Ned in The One To Live. Ähnliches Szenario hier. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Base von Ash ist geil. Riesige freie Flächen, alles gut gesichert, Strom. Auch wenn ich da gleich noch drauf zu sprechen komme, was ich ein bisschen nervig finde, aber ist auch nicht so schlimm. Alles mögliche, schön zu essen, schön zu trinken, ein Wohnhaus, ein Lager, alles mögliche, ein Gewächshaus. Der hat alles da und das ist eine Base, die ist wunderschön, wirklich. Das ist so diese perfekte Zombie-Apokalypse in Base, wo ich sagen würde, jo, hier kann ich den Rest meines Lebens gechillt verbringen. Auf jeden Fall, Ash vertraut ihr erstmal nicht so wirklich. Und dann fängt es halt an, dass Carol halt ein bisschen auf ihn einredet. Und dann sagt Ash, okay, komm, eine Nacht kannst du hier bleiben. Dann helfe ich dir, das Auto zu reparieren. Und dann verpisst du dich wieder. So, er hat eigentlich gar keinen Bock, aber ist halt trotzdem nett. Weil Carol kommt an mit so, ja, vielleicht, ne, man kann ja Freunde treffen in der Apokalypse. Solange wie sie ja schon da ist. Wo sie ja nicht mal Unrecht hat. Aber das ist ein Argument, das funktioniert auch wirklich nicht bei jedem. Aber Ash ist, man muss es leider sagen, sehr leichtgläubig und sehr gutmütig. Nun kommen wir zu einer Szene, die wirklich göttlich ist. Und ich wünschte, sie hätten es nicht im Trailer gezeigt, weil das wäre noch krasser gewesen. Ash führt Carol zu einer Scheune, in der sie nächtigen soll. Und ja, wir wissen natürlich schon alle, sie sieht dieses Scheunentor. Und sie bekommt absolute Flashbacks zu Sophia, zu Sophias Tod in Staffel 2 an der Farm. Und das haben sie unfassbar schön gemacht, wirklich. Es ist wirklich, sie haben ein neues Kind gecastet, hier dieselben Klamotten. Es ist alles nachgestellt, aber halt ziemlich akkurat nachgestellt. Und es cuttet immer zwischen Tag und Nacht. Nachts ist sie halt wirklich da bei Ash. Und tagsüber ist sie halt quasi in der Scheune von halt Herschel. Natürlich ist es die Scheune bei Ash, aber die anderen Walker liegen da. Sophia liegt da. Und dann kommt Sophia als Walker auf sie zu. Packt sie am Arm. Carol merkt dieses Berühren am Arm. Und diese Schnitte zwischen hell, dunkel und Carol, die da wirklich absolut einen Fiebertraum durchleben muss, wird dann aufgeweckt, indem Ash sie anpackt. Das ist das, was sie halt dachte erst Sophia wäre. Und halt fragt, ob jo, alles halt so, ne, ist alles fresh. Und ich muss sagen an der Stelle, ich bin super froh, dass wir das endlich mal bei Carol sehen. Ich finde, nach Staffel 2 haben wir super wenig gesehen, wie Carol das Ganze aufarbeitet. Sie hat dann erstmal ein paar Tage geheult, aber dann war sie von 0 auf 100 wieder da und saß im Sattel. Und irgendwie diese Bewältigung von diesem Trauma, was sie da bekommen hat, haben wir nie so wirklich gesehen. Auch nachher mit Alpha, das war immer nur so ein bisschen ge- Ha, ha, dein Kind, ha, ha, deine Kinder. Irgendwie finde ich es gut, dass sie das jetzt mal ansprechen. Und ich hoffe, das bleibt nicht die einzige Szene, sondern wird auch noch am Ende oder Mitte der Serie nochmal bearbeitet. Weil das war einfach nur ultimativ episch. Und deswegen sage ich auch, hätten sie es nicht in den Trailer gepackt. Ich glaube, wir alle wären ausgerastet als The Walking Dead Fans. Auf jeden Fall, absolut epische Szene. Carol schläft, also legt sich hin, schläft, nächster Tag. Er bringt ihr Essen und dann fliegt er eine Runde und Carol ist allein in seiner Base. Wo man direkt sagen muss, echt, du wolltest sie eigentlich gar nicht da haben. Und jetzt lässt du sie allein in deiner Base. Bisschen leicht, glaube ich. Bisschen gutmütig, bla bla bla. Auf jeden Fall, alle möglichen Tore bei ihm sind ja mit einem Strom abgesichert und halt verschlossen. Aber der Generator fällt ein bisschen aus. Und das passiert auch hier. Der Grund, warum wir das erstmal mitbekommen, ist, Carol will in dieses Gewächshaus rein, weil wir vorher in der Szene sehen, Ash hat eine Uhr gestellt. Und er geht immer zur selben Zeit in dieses Gewächshaus. Und Carol ist halt einfach neugierig und will wissen, was da los ist. Auf jeden Fall, Strom fällt aus, Gewächshaustür geht auf, aber auch die Zäune außen. Und hier habe ich ein Problem. Erstmal, wieso hat momentan jeder Strom in der Apokalypse? Gut, bei Ash wird es nachher noch logisch, weil er unfassbar viele Mengen an Flugzeugtreibstoff, ich weiß nicht, ob es Kerosin oder was auch immer ist. Okay, das kann er die Generatoren mit betreiben. Aber jetzt kommt es zu einem Punkt, den ich nicht verstehe. Diese Schlösser funktionieren ja elektrisch. Jetzt verbessert mich, falls ich falsch liege. Im Normalfall ist es doch so, dass ein Schloss durch die Elektrizität offen gehalten wird. Ein Sicherheitsschloss durch die Elektrizität offen gehalten wird. Und wenn der Strom ausfällt, sich schließt. Doch ähnlich gedacht wie bei zum Beispiel einer Hydraulikbremse bei einem LKW. Die wird durch die Hydraulik offen gehalten. Fällt die Hydraulik aus, ist die Bremskraft immer noch da. Ist eine unnötige Diskussion, wenn ihr da was wisst. Ich finde es nur super lustig, dass natürlich der Strom ausfällt und natürlich die Walker reinkommen. Aber hey, meckern auf hohem Niveau an der Stelle. Auf jeden Fall, Carol geht in das Gewächshaus und findet dort einen Baum und eine Grabstätte für den Sohn von Ash. Währenddessen schleichen sich, ja ja, die schleichen sich wirklich rein. Man sieht nämlich im Hintergrund durch die Fenster vom Gewächshaus die Walker reinkommen. Und das haben sie super gruselig irgendwie gemacht. Die Walker allgemein, das Walker-Design, komme ich gleich noch drauf zu sprechen mehr, ist hier wirklich 10 von 10. Das ist, würde ich sagen, das beste Walker-Design, was wir je bekommen haben. Man hat wieder ein bisschen Angst vor den Walkern vom Design. Wie sie sich verhalten, wie sie, wie gesagt, rumlaufen. Optisch einfach super geil gemacht. Das sind wunderschöne Walker. Einfach geil gemacht. Ich fand es super geil. Aber gleich kommt eine Szene, die es nochmal untermalt. Auf jeden Fall kommen dann die Walker auch ins Gewächshaus. Hier könnt ihr mich mal kurz unterstützen, weil ich die Folge nicht im Kopf habe. Wir haben im Livestream auch schon darüber geredet. By the way, Livestream von This Is Peak gab es jetzt am Montag. Die Folge wird als Live-Podcast auch am Freitag um 18 Uhr auf This Is Peak veröffentlicht. Wenn ihr da unsere intensive und wirklich szenenbezogene Meinung hören wollt, checkt es auf jeden Fall aus. Also das, was ich hier mache, ist die Kurzfassung. Und im Podcast haben wir anderthalb Stunden geredet. Deswegen checkt es gerne aus. Ist jetzt hier auch überall verlinkt. Auf jeden Fall sind wir uns ziemlich sicher, dass der eine Walker die Gewächshaustür mit der Hand geöffnet hat. Was ja eine Variant wäre, die wieder eine Tür öffnen kann. Ist nichts Großartiges. Es wird auch gar nicht groß aufgebauscht. Aber es war eine coole Szene. Und ich dachte auch so, hat der gerade wirklich? Und ich glaube, ja, er hat wirklich. Auf jeden Fall, die Fight-Szene mit den Walkern haben sie super chillig gemacht. Carol hat nicht viele Möglichkeiten. Ist geflüchtet durchs Dach vom Gewächshaus. Ash kommt, fragt, jo, was soll denn der Scheiß? Und dann kommt es zu einem ewigen und intensiv langen Gespräch zwischen Ash und Carol. Und ich muss sagen, Ash ist innerhalb einer Folge mit einer meiner Lieblingscharaktere im The Walking Dead-Universum geworden. Sein Schicksal, wie er seinen Sohn verloren hat und was er alles so, wie er so drauf ist, ist unfassbar geil und die haben es unfassbar schön rübergebracht. Und natürlich nutzt Carol das gnadenlos aus. Und das tut mir auch richtig leid für Ash und ich bin auch richtig sauer auf Carol. Sie sagt, jo, ich habe meine Tochter auch verloren. Sie lügt aber. Sie sagt nicht, sie ist gestorben. Sie sagt, sie ist mit Ad in Frankreich, kurz bevor das alles ausgeboren ist, damit sie ihn irgendwie davon überzeugen kann, nach Frankreich zu fliegen. Ist eine asoziale Nummer. Wirklich, ich hasse sie dafür. Aber es ist auch einfach ein notwendiges Übel, muss man leider sagen. Und echt, so glaubwürdig oder so gutmütig, wie er ist, glaubt es ihr. Dann kommen wir nochmal in die Szene. Es gibt Abendessen und Carol geht in die Bude rein und da ist dann eine Pflanze, eine Blume. Und alle The Walking Dead-Fans so, ah, ja, die Blume kennen wir doch. Denn das ist die Blume, die Carol von Daryl auch in Staffel 2, meine ich, bekommen hat. Diese Blume, die von irgendwelchen Müttern, also da, wo die Mütter geweint haben, geblüht ist und so Hoffnungen schildern soll. Und hier, muss ich sagen, haben sie es richtig cool gelöst. Carol guckt so drauf und Ash fragt so, bist du allergisch? Nee, nee, alles gut, dann bekommen wir einen kurzen Szenenwechsel in halt Staffel 2, wo Carol ihr die Blume, äh, Daryl ihr die Blume gibt. Muss ich sagen, hat mich ein kleines bisschen rausgebracht. Mir hätte es gereicht, wenn wir einfach nur gesagt bekommen hätten, also so, bist du allergisch? Nee, nee, alles gut. Und wir wissen einfach, was mit der Blume los ist. Aber natürlich für Leute, die die Staffel nicht gesehen haben, also die Walking Dead nicht von Anfang an gesehen haben und das so im Kopf haben, ist es natürlich logisch, dass das gezeigt wird. Aber gleichzeitig wird dadurch auch die Beziehung zwischen Carol und Daryl super gut gezeigt. Denn hier wird gezeigt, dass die Beziehung zwischen den beiden, nicht die romantische, nicht, nicht die romantische, sondern die platonische Beziehung zwischen den beiden, einfach wirklich unfassbar stark ist. Und wir verstehen wirklich, okay, Carol will Daryl retten, weil es ihr bester Freund ist. Wie gesagt, diese Notlüge gegenüber Ash steigert sich auch später nochmal, denn Ash sagt erst so, nö. Und dann haut Carol halt ab und Ash fährt ihr hinterher mit dem Auto und Ash fragt dann Carol hier, es ist egal, wessen Tochter, wessen Sohn. Die Frage ist nämlich, wenn mein Sohn in Frankreich wäre und du ihn nicht kennen würdest, würdest du mir helfen, ihn zu finden? Und da sagt Carol, ja, würde sie. Und das ist, glaube ich, die größere Lüge, denn wir kennen Carol und sie würde für random Leute eigentlich nichts machen. Sie würde sie einfach liegen lassen und sagen, ist nicht mein Problem. Auch wenn Carol ein netter und cooler Charakter ist, sie ist aber auch wirklich egoistisch und auf ihre Familie oder ihren Familienkreis. Sehr, sehr bezogen. Deswegen hier die noch größere Lüge und Ash tut mir an der Stelle weiterhin nur leid. Vor allem, wenn wir irgendwann herausfinden sollten oder wenn er es irgendwann herausfinden sollte, wie er es herausfindet, ob er es herausfindet. Das werden wir alles sehen. Da reden wir auch im Podcast ein bisschen intensiver drüber. Da habe ich nämlich auch eine spezielle Meinung zu. Deswegen gesagt, checkt den Podcast aus. Das ist im Prinzip die Fortsetzung hierfür. Kann man einfach perfekt so sagen. Dann packen die das Flugzeug ein, machen es ready, betanken es, planen eine Route, wo sie dann in Grönland irgendwie eine Pause machen. Da wird es dann auch noch eine Folge wahrscheinlich gut geben. Wahrscheinlich wird dann hier viel auf Daryl geswitcht anstatt auf Carol, weil das hatten wir hier nämlich gleich. Ich komme gleich auf die Daryl-Szenen zu sprechen. Auf jeden Fall packen sie das Flugzeug und dann kommt Gewitter, der Blitz schlägt ein und die Walker kommen wieder rein, weil Stromausfall. Und wir sehen eine unfassbar geile Szene. Die Walker kommen durch den Wald. Der Wald ist neblig. Der Wald wird von den Blitzen immer mal kurz beleuchtet und wir sehen die Walker daherkommen. Und das ist, glaube ich, mit einer der geilsten Szenen, die ich je in The Walking Dead gesehen habe. Das ist da, wo Walker für mich am gruseligsten hingehören. In einen Wald, in einen dunklen Wald mit ganz wenig Licht, aber so viel Licht, dass du weißt, wo die Bedrohung ist. Dann brennt das überall da. Wie gesagt, Nebel, die Designs der Walker, geil. Carol und Ash steigen ins Flugzeug, schubsen einen Walker noch durch den Propeller von dem Flugzeug. Dass das noch heile ist, sagen wir einfach mal, das ist ein Plothole. Und dann fahren sie los. Eine unfassbar lustige Szene. Sie fahren los und die Walker knallen mit ihren Köpfen immer gegen die Tragflächen. Immer so, boah, super lustige Szene. Fand ich mega geil. Dann fliegen sie los. Carol hat richtig Angst. Wir merken es, Carol ist noch nie geflogen. Sie hat panische Angst, hat die ganze Zeit die Augen zu und Ash redet auf sie ein. Sie soll ihre Mitte finden, sie soll einatmen und sich konzentrieren. Fun Fact hier, das wurde auch auf einer Kassette gesagt, bevor sie den Unfall gebaut hat. Deswegen das so ein kleiner Throwback dazu. Sie fliegen immer weiter höher und sie fliegen dann über die Wolken. Carol macht die Augen auf und wir bekommen eine wunderschöne Szene von Wolkenmeer und Sonne halt über den Wolken. Und es sah unfassbar schön aus. Deswegen sage ich an der Stelle, The Walking Dead, Daryl Dixon, Staffel 2, The Book of Carol, schlimmster Titel ever, hat optisch alles abgerissen. Es ist wunder, wunderschön. Es gibt ganz wenig Momente, wo ich sage, nee, das sah nicht so geil aus. Das Walker-Design, das Design in der Luft, das Design in dem Wald, wo es brennt und alles mögliche. Und auch natürlich die ganzen Szenen mit Daryl. Setting, Kostüme, alles wunderschön. Jetzt switch mir einmal kurz zu Daryl. Das ist die ganze Zeit zwischendurch passiert. Ich wollte aber erstmal den Carol-Abschnitt machen. Man muss sagen, es war hier ungefähr die Verteilung 70-30, vielleicht sogar 80-20. 70-80% Carol, 20-30% Daryl. Fand ich mega gut, weil wir Carol wesentlich weniger gesehen haben, weil Daryl halt schon eine ganze erste Staffel bekommen hat. Daryls Action bestand im Prinzip nur daraus, dass viele Gespräche mit dem Chef vom Nest hatte. Und wir quasi bemerkt haben, okay, er möchte nicht, dass Laurent von Daryl trainiert wird. Er möchte, dass Laurent irgendeine Zeremonie durchführt. Das ist der Plan über Laurent, über den ich nicht weiß, was damit passieren soll. Und es wurden von Madame Giné ein paar Leute entführt und die planen jetzt einen Überfall. Der Überfall sollte wie folgt sein. Es wurden Sprengfallen gelegt. Der erste Truck soll drüberfahren, explodieren und dann Zugriff. Hat nicht geklappt. Ich gehe davon aus, dass wir eine Ratte im Nest haben, die halt auf Seiten von Madame Giné steht. Auf jeden Fall hier die Action. Daryl sollte keinen Alleingang machen. Oh, Wunder. Daryl macht einen Alleingang. Und auch hier, wie Daryl die Leute am Erschießen ist. Ich glaube, wir haben lang nicht mehr so brutal gesehen in The Walking Dead, wie jemand wirklich erschossen wird. Die Wunden, alles super krass. Sie schaffen es, die Leute zu befreien. Dann kommt Madame Giné. Daryl möchte sie umbringen. Oh nein. Action-Movie-Szene hinter ihm explodiert, was er dreht sich um. Und Madame Giné verschwindet im Nebel der Nacht wie Batman. The Dark Knight. Nee, das war die schlimmste Szene. Sie ist einfach weggegangen. Sie hat sich den Arm vorher noch gehalten. Sie war irgendwie verletzt, verstaucht, was weiß ich. Daryl dreht sich den Kunde um und sie ist weg. Das war halt Original-Batman. Grüße an der Stelle an Albert. Denn der hat das im Podcast-Livestream nämlich auch erwähnt. Und das war einfach perfekt. Naja, die Daryl-Action war okay. Aber Carol war schon hier die tragende Rolle. Und ich finde es faszinierend, dass es wirklich geschafft hat, eine ganze Folge zu tragen. Und ich würde mittlerweile sagen, die schafft es auch, eine ganze Serie allein zu tragen. Hätte ich vorher nicht gedacht. An und für sich war ich absolut froh, mehr Carol zu bekommen. Daryls-Action wird demnächst wahrscheinlich auch gut sein. Ich gehe jetzt stark davon aus, wir bekommen nämlich jetzt das Gespiegelte. Wir bekommen 20%, 30% Carol und den Rest Daryl. Weil da jetzt einiges passieren wird, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Treffen. Das gehe ich stark davon aus, das werden wir entweder in der nächsten Folge, Ende der nächsten Folge oder wirklich erst in der dritten Folge sehen. Ich bin gespannt, wie sie alles erledigen. Super viele Theorien, was passieren könnte. Wie gesagt, was mit Ash passiert. Ob er überleben wird, ob er sterben wird, wie er sterben wird. Ob Carol ihm sagen wird, was das ihn angelogen hat. Ob er es herausfinden wird, ob er es schon weiß. Alles mögliche an Theorien kann man jetzt gerne mal in die Kommentare ballern. Und an der Stelle bitte, ich sage es jetzt hier im guten Einmal, es wurde alles geleakt von den Serien. Einige Leute haben alle Folgen schon gesehen. Wenn ihr welche davon seid, bitte nicht spoilern. Wenn ihr spoilern solltet, ich werde gespoilert, habe keinen Bock drauf. Ich wurde schon an einer Ecke gespoilert, werde ich nicht drüber reden, die mich einfach nur fertig gemacht hat. Wenn ich sehen sollte, dass Leute spoilern, wird dieser Kommentar definitiv gelöscht und der Nutzer auch einfach blockiert. Ihr könnt natürlich gerne Theorien aufschreiben. Absolut. Auch eure Meinung, haut es in die Kommentare. Wie fandet ihr die erste Folge? Theorien, was mit den Leuten passieren wird, wie das jetzt aufgebaut wird, gerne in die Kommentare. Aber wenn ihr wirklich fuckt was wisst, bitte spoilert nicht. Lass es einfach sein, das ist absolut uncool. So, jetzt aber einmal noch kurz darauf zu sprechen zu kommen. Warum habe ich gesagt, das war kein The Walking Dead? Ich meine es positiv und negativ. Positiv gemeint, so haben wir The Walking Dead lang nicht mehr gesehen und so hätte The Walking Dead immer sein können. Das Walker-Design super geil. Das hatten wir die letzten Spin-Offs und die letzten Staffeln einfach nicht wirklich. Das Walker-Design wurde irgendwann generisch langweilig. Man hatte das Gefühl, es war immer der gleiche Walker. Szenerien, optisch, Spezialeffekte waren voll okay. Alles mögliche. Das Setting, wie gesagt, die Cuts, die Story-Stränge, die Gespräche, die Dialoge. Einfach perfekt. Aber warum sage ich, das war negativ bezogen, nicht The Walking Dead? Ja, hier geht es mir tatsächlich einzig und allein um die wenigen Walker. Aber das ist ja nicht nur ein Problem. Jetzt ist es ein Problem in The One To Live gewesen. Es ist ein Problem gewesen in Dead City. Es ist ein Problem gewesen in einigen der letzten Folgenstaffeln von The Walking Dead. Und natürlich gab es riesige Horden. Aber das ist nicht das, was ich unbedingt sehen will. Horden sind immer cool, aber auch einfach einfach. Ich möchte einzelne Walker sehen. Ich möchte interessante Walker sehen. Ich möchte einfach das Gefühl haben, ich bin in einer Welt voll mit Zombies. Und das ist bei einigen Ecken einfach nicht der Fall gewesen. Finde ich schade. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Punkt. Natürlich liebe ich diese Staffel und ich werde auch weiterhin gucken. Aber wie gesagt, das war nicht The Walking Dead, so wie wir es die letzte Zeit bekommen haben. Aber eher positiv bezogen. Weil das war das, was The Walking Dead schon immer hätte sein sollen. Ich sage nahezu, Daryl Dixon Staffel 2, Folge 1, eine der besten Folgen ever. Und definitiv in meinen Augen besser als die erste Folge von Daryl Dixon Staffel 1. Allgemein besser als die ganze erste Staffel von Daryl Dixon. Aber das kann sich natürlich auch noch ändern. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung bitte gerne in die Kommentare. Ich bin super interessiert daran. Lasst gerne ein Abo da, weil ich werde jetzt jede Woche zu der neuen Folge quasi ein Video machen. Und es wird auch jede Woche übrigens auch einen Podcast geben auf This Is Peak. Ich werde jetzt auch gleichzeitig mal hier die Staffel 1, also meine Staffel 1 Kritik-Playlist verlinken. Und hier irgendwas anderes. Mal gucken. Auf jeden Fall, Leute, guckt euch gerne auf dem Kanal um. Wie gesagt, jede Woche kommt jetzt mindestens ein Video zu Daryl Dixon Staffel 2. Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und jetzt würde ich sagen, ich mache das Video jetzt nicht noch länger, als es vielleicht so wie es schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.